Ah, ist jetzt so voll! Der Maddy und der Brugger, die werden uns unterhalten und ich mache ein bisschen wieder die Chatfee, die olle Knüttelfee, die bin ich mal wieder, wa? Du hörst dich ein bisschen anders an, so. Na, du! Weil anderes Headset, ja, ich hab ein netter Headset, da kann ich ein bisschen flexibler sein. Ja, und was gibt's noch Leute, es gibt wahrscheinlich ein Giveaway, mal gucken! Und das spielen wir dann nämlich auch, Maddy und ich, mit euch vielleicht, wenn ihr das dann gewinnt. Oh, oh! Deswegen machen wir das ziemlich früh wahrscheinlich, oder vielleicht auch spät, dass wir das nächste Woche zusammenspielen. Man weiß es ja nicht, nicht, dass die Abstauber kommen, ne Luna, die Abgreifer? Das ist gefährlich! 1, 1, 2, 1 Und was machen wir noch, ich weiß es nicht, was Schönes vielleicht. Was Schönes? Ja, wenn es ist immer gut, ne? Und Karotten gibt's auch noch, hallo! Oh, ma? Oh, die Gugelbärchen! Oh, ich hab auch, Mory, ich hab alles da! Mory, mit Sentspie, lecker! Ich hab auch noch! Ich hab noch Salat an Mory! Sind da Haare dran! Eh! Ohne Packung Steinpilz, solche Euro. Na gut, Leute, bis später. 18.25 Uhr, ihr wisst Bescheid. Tyk.